Wir haben jetzt verschiedene Dinge, die wir Ihnen anbieten können, um einfach Einsatzmöglichkeiten, was man mit dem Flügel auch machen kann, einfach zu demonstrieren. Wir möchten das jetzt kombinieren, verschiedene Flügel. Wir haben jetzt hier von Bad Herrenalp einen großen Stil, sage ich mal, zu Herrn Acherow rübergeschaltet. Wir schalten jetzt ins ganz Kleine zurück, so quasi in unser Wohnzimmer. Wir schalten jetzt nach Freiburg als übernächsten Schritt. Aber vorab werden Sie meine Frau erleben, wo sie nicht zu Hause ist, sondern wir hatten eine Aufnahme gemacht in der Yamaha-Europazentrale in Rellingen. Von Jean-Baptiste Duvain-Var gibt es eben so eine Opernparaphrase. Diese Flügel lassen sich nicht nur über Internet synchronisieren und koppeln, sondern auch über eine Videokamera. Und Sie sehen hier eine Videokamera. Im Moment ist eine vorbespielte Kassette eingelegt. Auf dieser vorbespielten Kassette ist der Primo-Part meiner Frau eingespielt. Und ich werde also mit meiner Frau jetzt ein E-Duo, sage ich mal, ein künstliches, ein Internet-Klavier-Duo bilden, in dem meine Frau von der Kassette spielt. Das ist eine Videokassette. Sie werden also meine Frau jetzt in Rellingen, Hamburg erleben. Was meine Frau gespielt hat, spielt der Flügel hier und ich folge dann der Linie so. Jetzt schauen wir mal, dass die Kabel richtig liegen. Ich bin ein E-Duo. 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 Applaus Applaus